Ein Problem beim Kochen ist immer die Sauberkeit. Sie kennen das, der Kochtopf steht auf dem Kochfeld, irgendwann kommt der Deckel oben drauf, dann wird der Deckel abgenommen und das entstandene Kondenswasser läuft ab auf die Arbeitsfläche. Ich zeige Ihnen ein Profi-Topfsystem, wo sowas nicht mehr passieren kann und das Kochen noch mehr Freude macht. Ja, ich habe gekocht. Ja, ständig läuft was über, es klebt was fest, es macht überhaupt keinen Spaß. Also, weißt du, was ich glaube? Du bist eine richtig gute Köchin, du hast nur das falsche Kochgeschirr. Ja, glaubst du, dass es nicht an mir liegt? Nein, das liegt sicher nicht an dir. Ich zeige dir mal, was ein richtig gutes Kochgeschirr ist. Guck mal mit. Schau mal, das will ich dir zeigen. Hier, der Hauptakteur, der Black Pearl von ILO. Das sieht ja schon mal gut aus. Ja, das würde ich auch sagen. Und mit dem hier werden wir so einiges machen. Und zwar zeige ich dir ein ganz ein einfaches Gericht, ein Rinderfilet-Gulasch à la minute, ohne großen Aufwand, das richtig gut schmeckt. Okay? Okay. Also, pass auf. Wir brauchen ein bisschen Gemüse, ein bisschen Rinderfilet. Schneidest du vielleicht mal hier Zucchini. Sehr gerne. Wir haben hier schöne Sauce dazu mit ein bisschen Wein. Wir brauchen ein bisschen Öl, aber nicht so viel, so zwei Esslöffel Rinderfilet. Okay, Fleisch rein, Gemüse rein, mit Liebe geschnittene Zucchini. Ja, natürlich, immer. Mit Liebe. Zum Kochen gehört ja auch ein bisschen Wein. So. So. Wenn das Fleisch schon angeboten ist, die Gemüse hier ein bisschen Farbe haben, dann kommt der Wein dazu. Und der Deckel kommt drauf. Und, ganz toll, ich habe hier einen Ausgießer. Und wenn ich die Pfeile direkt auf den Ausgießer stelle, dann kommt der Dampf hier nur nach vorne raus. Tolle Sache. Drehen Sie den Deckel einmal. So. Dann bin ich völlig frei von Dampf. Das heißt, es kommt hier auch kein Dampf an der Seite raus. Ich kann mir die Finger nicht verbrennen. So. Ich kann aber auch den ganzen Topf, den ganzen Black Pearl in die Hand nehmen. Und ich verbrenne mich nicht, weil ich ganz tolle Kunststoffgriffe habe. Profisandert. Was aber das wirklich Wichtigste ist und eine Weltneuheit, ist ganz klar der Deckel. Ich kann den Deckel hier aufstellen und habe einen Auffangring. Und in diesem Auffangring sammelt sich das Kondenswasser. Es läuft kein Kondenswasser mehr auf das Kochfeld oder auf die Arbeitsplatte. Und das heißt im Klartext ein ganz ein sauberes Arbeiten. Ich bin da hin und weg. Aber ganz wichtig für die Qualität eines Topfes, für die Qualität von diesem Black Pearl, dieser Blockboden. Und dieser Blockboden hat ein sogenanntes Energieleitsystem. Und dieses Energieleitsystem ist Garant dafür, dass die Wärmeübertragung optimal verläuft. Es brennt nicht mehr so schnell an und vor allen Dingen, es gart auch gleichmäßig. Tolle Sache und für mich natürlich als Ästhet auch ganz wichtig, der schaut auch toll aus. Tolle Sache, oder? Toll, super Christian. Vor allem das mit dem Deckel. Es bleibt sauber, es tropft nichts ab und ja, es ist auch platzsparend. Klasse. Du, wie sieht es mit dem Appetit aus? Mhm, sehr groß. Sehr groß? Okay. Dann würde ich sagen, wir richten an. Gibst du mir die zwei Teller? Gerne. Also ich denke mal, das schaut ganz gut aus, oder? Mhm, sehr lecker. Ein Rinderfilig-Gulasch mit cremiger Polenta, gekocht in Black Pearl. Das riecht gut, schmecken wird es auch gut. Ich wünsche einen guten Appetit. Das riecht gut, schmecken wird es auch gut.